Jetzt komme ich schon zu diesem Tempel. Ich kann, naja, soll ich sie behalten? Ja. Obwohl, jetzt hast du Indy. Er ist ja. Was ist das? Jungle Rodent? Was ist denn das? Jetzt sind wir schlau. Was ist denn ein Rodent? Äh, guck mal. Dark Jungle Path. Kannst du hingehen? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Gibt's hier... Alles klar. Es gibt hier noch mehr Dark... Guck mal, überall diese dunklen... Oh. Okay. Ja, perfekt. Ach, das ist so ein kleiner Bär oder sowas. Stimmt. Kannst du ihn weiter schubsen? Nee. Ja, das war gut. Oh. Oh, Papagei. Oh, eine gigantische Anaconda. Alter. Hier, Peitsche. Oh. 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 Ich weiß auch nicht, ob man sterben kann, ne? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob es Dead Ends gibt im Spiel. Es ist zu weit. Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht mal verstanden. Halt mal. Ich gehe nicht irgendwo nah an diesem Schneck. Ja. Dachten wir uns. Okay. Jetzt kannst du ja auch nicht zu ihr wechseln. Weil du musst ja mit ihr reden. Ja, dann muss ich zurückgehen. Ja. Okay, hier brauchen wir eine Brücke, irgendwas. Der... Man muss wahrscheinlich den Baum fällen. Kann nicht. Warte mal. Perrin. Ich kann nicht von hier zu sprechen sprechen. Ach, scheiße. Ja. Was denn denn? Ist so schlimm. Okay, dann müssen wir erstmal zurück. Und wir müssen... Wir brauchen Items. Wir können gar nichts kombinieren hier. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir müssen erstmal was sammeln. Aber... Jetzt gibt es noch einen Stoch oder so irgendwo hin. Ey, diese Geräusche. Aber die... Die Peitsche müsste ausreichen. Ja. Das ist auch sonst so. Hier dieser Bär. Können wir den zur Schlange treiben vielleicht? Ich weiß halt nicht. Was ist... Ich gehe mal in das erste hier. Achso. Okay. Ich glaube, man muss den irgendwie zur Schlange treiben. Vielleicht dass sie... Warte mal. Der muss doch dann hier hin, ne? Weil... Der geht aber nicht durch die schwarzen Löcher, ne? Achso. Aber ich bin ja durchs schwarze Loch hier nach rechts. Wenn du jetzt einfach zu ihm hingehst, das passiert dann? Dann läuft er da hin. Wahrscheinlich... Muss er... Ja, man muss immer aus dem Loch dann rauskommen. Du musst jetzt mal merken. Du musst immer merken, wo das... Okay, die zwei führt zum letzten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, vier, sechs. Diese Geräusche. Das ist voll komisch. Fünf führt zu drei. Das muss mal aufschreiben. Nein, die sind reversibel. Achso. Drei, fünf, dann ist ja gut. Dann muss ja... Ne, der führt raus, ne? Hä? Der ist ja... Abgehauen. Der ist gerassen. Der führt halt direkt raus. Und der letzte... Und wenn du jetzt wieder reingehst? Ja, wenn du jetzt da hingehst? Achso. Und der letzte führt halt auch... Raus. Ja, das ist halt irgendwie... Was hab ich gesagt? Zwei, fünf? Ne. Zwei, sechs. Der letzte führt nicht raus. Stimmt. Was ist denn, wo führt denn der mittlere hin? Drei führt fünf. Ah ja, drei, fünf. Zwei, sechs. Und der? Der führt raus. Okay. Nee. Nee. Wo ist das Vieh? In die fünf? Genau. Nee, fünf, drei. Nee, in die sechs musst du. Sorry, in die sechs musst du. Ja, aber das geht ja jetzt nicht. Nee. Das führt ja raus. Ja. Oder kannst du jetzt zu ihm hingehen? Und ihn da durchschicken? Nee, der rennt weg voll. Zeigt er an? Kannst du ihn mit der Peitsche ausmachen? Stimmt. Das Kriktar ist zu weit weg. Ach so... Ach so... So, oder? Zwei, vier, zwei. Das Kriktar ist zu weit weg. Jetzt ist er aber nah. Hast du ihn für eine kurze Peitsche, bitte? Echt mal! Witz. was ist denn das wir müssen es zur anderen seite wenn der vor loch da jetzt nahe genug rangehen aber so dass man nicht erschrecken mit der feitsche ja so ist gut wir geben den einfach nur einen klatsch und dann wollen beide den bahn und so jetzt aber den stamm ich denke das wird nicht funktionieren und wie kommt er zurück wie toll toll natürlich ja was machen wir jetzt? wir haben besser einen Sternhardt gefunden Sternhardt ja Sternhardt von Bernhardt jetzt kann ich mit dem Vogel plappern Polli Poli Polly Wann wann woh echo echo du woh 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 tyler tue ok tippe kanu bye bye birdie bei barry hat er alle nachgesprochen und das weiß ja vielleicht den weg nein und sie okay jetzt haben wir im tempel hier alles klar getränke alles klar, war der pinkeln oder was? kann ich dir mit etwas helfen? Postcards, Replicas des Temples, Souvenir-Monk kann ich jetzt sagen, ne, ich dachte schon no thanks mister no thanks mister charles sternhard phd, independent thinker, researcher and merchant alles klar hat ein phd, aber ist hier so ein Urlaubverkäufer ich mach einfach alles ja was kannst du uns über platos lost dialog sagen? ich bin derjenige, der es übersetzte, ich kann dir das erzählen ich hätte Angst, dass du hier bist, um meine letzte Kopie zu holen aber jemanden, der nr. Smith, hat dich zu holen oh nein was war? er hat eine letzte Kopie von der Abschrift und der nr. Smith hat uns darin geschlagen also er hat schon die Kopie gestohlen und äh was kannst du uns über Mr. Smith erzählen? er kam letzte Woche ein taller Mann mit einem deutschen Akzent und eine Pistole er könnte all meine Souvenirs haben, aber er wollte nur den lost Dialog hm der spricht immer schneller als die Jeter sind was kannst du uns über dem Tempel erzählen? glad du asked hh-h-h der locals claim Mayan-Indan Zuid now i ask you does this look like the work of primitive savages or does it seem much too civilized? hh-h-h-h Ja. Alles klar. Ich bin Dr. Indiana Jones. Ist das Scholarly genug? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. Ja. I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by it. Proof! Now that's hard. Does that mean we came to the wrong place? I've pretty much lost hope myself. But old legends and rumors die hard. What kind of rumors? Local legend has it that the temple was built by men who are not men. What are men who are not men? Who knows? I've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads. What? That was klar. You actually believe Atlantians lived here? After the city sank, this is where they came, I'm sure. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Hippocrates. The Hippocrates! 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 What are we doing now? We could talk to Sternhardt again or we could move on! Ja, das ist cool, weil wenn die sich unterhalten, dann ist immer noch mal so ein Hinweis, was jetzt als nächstes dran ist. Ja, stimmt. Ja, dann können wir mal probieren, oder? Ja. Ich glaube, aber es bringt nichts, wenn wir die Antworten durchgehen, wenn die Richtigen nicht dabei sind. Okay, wahrscheinlich nicht, ne? Soll ich es nochmal probieren? Ja, probiere ich mal. Kerosinlampe. Hast du die Dinge? Well, now, let me guess. Hey! Yes? You and the little woman decided to take home that special mug, eh? The woman was asking. Um, no thanks. Then what can I do for you? No. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the Lost Dialogue of Plato. Vielleicht Lost Dialogue of Plato. Jetzt, das ist was anderes hier. Paisierproducer. So, Krates ist geblieben, aber... Hm. The Persepolis. Persepolis! Ah! Too bad, Erglobe. That's not the answer. Ja. Dreh mal mit Papageien. Der siehst du's doch. Persepolis. Persepolis? Persepolis! It's the day of ancient Persia! Persepolis! Das ist... Frag mal weiter. Hm. Achso, es geht immer nur eins. Achso. Hä? Das ist ja doof. Kannst du scrollen? Nee. Oder unten klicken? Hallo, Belou! I'm Pilopo! I'm Pilopo! Ich dachte, es wechselt jetzt da unten. Me and you. I'm Pilopo! Das reimt sich immer. Persepolis geht nicht weg, ne? Tippa Canoe. I'm Pilopo! Hm. Die sind dann immer wieder von vorne. Aber Persepolis, wenn es noch mal was ist. Persepolis? Persepolis! A city of ancient Persia! Persia? A city of ancient Persia! Das ist komisch. Okay, wenn du jetzt noch mal mit dem Typen redest. Ja, Persepolis war vorher ja nicht. Ja, komisch. Polly, want a cracker? Polly, want a cracker? Was ist denn hier das Buch, was er an Green Chargers? Well, now. Let me guess. Hey. Yes. Ja, vor allem, wie er das sofort mitbekommt, ne? You simply must possess a genuine Tycal floaty pen. Was? Ich will ein Tycal floaty pen. I'd really like to explore the temple. Füllfehl halt da los. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Wenn du jetzt mal Pleiades nimmst? Oder irgendein anderes? Ja, was wir noch nicht hatten. Tetrahedon. Ja. Jetzt lernt er das nicht mehr. Too bad, old bloke. That's not the answer. Können wir jetzt zum Papageien gehen? Was bringt es, wenn er immer nur das Letzte? Guck mal, jetzt ist hier irgendwas anderes. Okay, machen wir durch. 23 Skidoo. Achso. Und Tyler, cool. Alles klar. Alles klar. Okay, Tetrahedron. Tetrahedron? Tetrahedron. Ein vorseitiger Solid. Das ist ein Tetraeder. Ja, ja, klar. Oder? Ja. Aber, naja, wenn wir die Sachen durchgehen, dann lernt er die. Aber der weiß die ja auch. Aber der weiß die ja auch. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und er sagt ja schon immer, dass es nicht stimmt. Wir mussten ja vor ihm die Informationen bekommen. You can't live without the three-inch-puta-replica of the temple. Ja, klar. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Sokrates. Sokrates. Sokrates! Sokrates! Too bad, Earl Bloom. That's not the answer. Sokrates! 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 Sokrates, a famous philosopher! Kannst du vorbeigehen an dem Stand da? Rechts. Stopp! Nee. Begegst du dir Entschuldigung, du kannst nicht in da gehen. Das Tempel ist nicht sicher. Okay, jetzt ist er draußen. Tempel. Und da, ja, kannst du da hingehen. Weg um das Tempel. Jungle. Oh, gut gelegen. Da kommen wir zurück. Hm, okay. Und die kommen jetzt. Ach so, jetzt ist gleich Entrance to the Temple. Nee, parfait. Den hat sie doch genommen, den Pfad. Ja, richtig, richtig. Das kann man gleich hinnehmen. Ja. Na, wo ist Infos irgendwie, ne? Aber was hält man? Ich verstehe den Papageien nicht. Wenn der uns das nicht so sagt, was soll es dann bringen? Na, ist die Frage, ob wir noch irgendwas brauchen. Einen Quäcker oder so für ihn, um ihn zu bestechen, damit er irgendwas sagt. Ah. Oder so. Und die Frau zur Frau kannst du nicht wechseln, oder? Mhm. Sophia? Ja? Ja. Let's look around. Wir sind da auf jeden Fall in die... Okay. 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 Ja. Let's go. Okay. 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 Lass uns den Flugzeug finden. Achso. Was machen wir hier? Achso. 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 Achso, die wartet. Aber vielleicht gibt es ja nicht noch etwas, das man einsammeln kann. Okay. Was ist denn da für ein Pizza? Achso. Achso. Es sagt, WANTED, Rideshare to World's Fair. Okay. Hm. Hm. I can't pick that up. Okay. 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 Okay.